Schafft uns Landwirte hier vor Ort nicht ab, sonst kommt es von woanders und ich glaube nicht, dass es woanders besser produziert wird. Das ist Tobias Heilmann. Mit 36 Jahren ist er Chef eines Hofes in Borchendörenhagen. In Spitzenzeiten hat er 6000 Schweine und dazu kommt der Ackerbau. Im Dienst ist er rund um die Uhr. Ja, die Verantwortung für die Tiere, die ist halt 365 Tage im Jahr. Ich sage mal, unsere Tiere interessiert das nicht, ob Weihnachten ist oder ob Ostern ist. Auch dann sind wir im Stall unterwegs. Den Hof von Tobias Heilmann gibt es schon seit 1882. Er ist mittlerweile die sechste Generation, die ihn führt. Wir müssen ja auch uns Gedanken machen, was ist der Klimawandel, was hat das für uns für Bedeutung. Für uns hat das riesige Bedeutung und deswegen ist das für uns auch immer ein Riesenthema. Wie gehen wir damit um, wie können wir es verbessern und was wollen wir tun. Und Tobias Heilmann macht schon eine Menge. Er arbeitet zum Beispiel schon lange ohne Pflug. Dadurch wird weniger Erde von den Feldern abgetragen. Und nicht nur das. Das haben wir jetzt neu ausprobiert, zusammen mit unserem Lohnunternehmer. Der hat jetzt in eine neue Technik investiert, dass man die Gülle direkt in den Boden einarbeitet und dass sie gar nicht mehr oben drauf liegen bleibt, um halt so auch eine ganze Menge Emissionen zu vermeiden. Auch von anderen Landwirten im Kreis Paderborn weiß der 36-jährige Diplom-Agraringenieur, dass sie sich mit dem Thema Umweltschutz befassen. Und immer der Sündenbock zu sein, belastet da schon sehr. Man hat selber lange Arbeitstage und wird dann abends noch in den Nachrichten konfrontiert, was man alles falsch macht. Das drückt auf die Stimmung. Und einige Landwirte sagen, okay, wir kommen wirtschaftlich rum, aber ich mache diesen ganzen Druck nicht mehr mit. Ich hänge das an den Nagel. Ich habe den Dörenhagener Landwirt auch gefragt, wäre es eine Lösung, die Höfe zu verkleinern, um mehr Umweltschutz gewährleisten zu können? Wenn wir es hier aufhören, dann machen sie es woanders mehr. Dann kommt irgendwann der Container rüber von Russland hier mit dem Fleisch und dann würde ich es doch lieber aus meinem eigenen Stall essen wollen.